Musik Es ist soweit. Morgen beginnen die European Championships 2022 in München. Ein Multisport-Event der Extraklasse. Ich freue mich sehr auf die neuen Europameisterschaften mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wettbewerbe. Hochspannende sportliche Begegnungen auf Weltklasseniveau sind garantiert. Dass die European Championships in München stattfinden, ist eine große Sache und die wünschen den Sportlern natürlich nur das Beste. Ich komme selber aus der Leichtathletik und freue mich deswegen besonders darauf, weil ich mir mit Sicherheit ein paar Events im Olympiastadion anschauen werde. Es ist einfach klasse, wirklich. Allein die Atmosphäre in der ganzen Stadt, das ist einfach magisch. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen. Wir haben alles. Die Anlagen sind ja alle down. Wir nutzen die wieder. Es ist auch extrem wichtig für die Jugend in Bayern. Und so ist es, glaube ich, echt gut, dass die vielleicht was sehen und was finden, was ihnen Spaß macht. Quasi direkt vor der Haustür in München. Da waren quasi mega cool. Super, dass so viele Events an einem Ort sind. Für die Stadt München und für Bayern und ich glaube auch für Sport Deutschland im Allgemeinen darf ich das sagen, dass es eine klasse Möglichkeit ist, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München wieder so eine Riesensportveranstaltung in Deutschland zu haben. lieblich lieblich und lieblich alle im in in ha sie Vielen Dank.